Man kann sich am Samstag um 13 Uhr am Alexanderplatz treffen und mit ausgewählten Führern, die nichts kosten, eine Street-Art-Tour machen und die gesamte Street-Art auf Gebäuden, auf Straßen etc. vier Stunden lang in Kreuzberg und Neukölln besichtigen. Ich kann durch den Mauerpark stöbern und mich inspirieren lassen, ohne dabei was kaufen zu müssen. Man kann sonntags über so viele Flohmärkte schlendern. Einen Ausflug auf den Teufelsberg. Es gibt super viele Open Airs, die man besuchen kann und man kann einmal im Jahr zum Karneval der Kulturen gehen. Das ist ein sehr, sehr schönes Event. Aufs Tempel über Feld gehen und dann mit dem Longboard ein bisschen rum oder ein bisschen kiten, was auch immer man gerade möchte. Ich kann mit meinem Hund in Berlin kostenlos spazieren gehen, überall wo ich will. An der Spree sitzen und den Sonnenuntergang genießen. Auf der Straße mit Konfetti im Regen tanzen. Sonnenbaden auf den Dächern dieser Stadt. Ganz, ganz, ganz großartig. Sightseeing mit der Ringbahn. In Berlin kann man schnell viele Leute kennenlernen und das alles ohne Geld. In der Spree sitzen und eine Mate trinken. Ja, ihr könnt zum Beispiel kostenlos bei der Bahnhofsmission mal helfen. Der Dieter Puhl, der da zuständig ist und der Leiter ist von der Bahnhofsmission, der freut sich sicher über euren Anruf.